Eine Uhr, die kann dich richtig reinlegen. Nicht, weil sie mal stehen bleibt oder die falsche Zeit anzeigt, sondern weil die Zeiger immer im Kreis weiterlaufen. Nach der 12 kommt die 1, keine Pause, immer weiter. Ein unendlicher Kreislauf, der nie zu Ende zu gehen scheint. Und auch wenn die Uhr digital ist, sie suggeriert dir die Zeit, die kommt irgendwo her, führt irgendwo hin, ist einfach da. Aber dass die Zeit mal aufhört, unvorstellbar. Wir klagen ja ständig darüber, dass wir keine Zeit haben, aber die Zeit scheint unbegrenzt vorhanden zu sein. Es scheint sie immer zu geben, die Zeit. Stimmt aber nicht. Die Lebenszeit ist begrenzt. Irgendwann ist sie zu Ende. Darum werden die Heiligen schon mal mit einer Sanduhr dargestellt. Denn wir Christen wissen, unsere Zeit läuft ab. Und irgendwann mündet sie in die zeitenlose Ewigkeit bei Gott. Darum ist es so wichtig, die Zeit richtig zu nutzen. Für das neue Jahr 2018 habe ich darum drei Vorschläge. Mein erster Vorschlag, nutzt deine beste Zeit für das Wichtigste. Das Wichtigste für uns sind ja unsere Beziehungen. Nutzt die beste Zeit, die du hast, um deine Beziehungen zu pflegen. Um mit deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern zu sprechen, was zu unternehmen, um zu beten. Wir machen das ja oft anders. Wir machen das zu den Zeiten, wo wir schon müde und ausgepowert sind. Und ganz oft gibt es dann furchtbare Missverständnisse. Zweiter Vorschlag. Würze die alltägliche Zeit mit Liebe. Wenn man die alltäglichen Abläufe, arbeiten gehen, einkaufen, Haushalt machen, mit ein bisschen Liebe würzt, wird alles leichter. Eine helfende Hand, ein gutes Wort, ein Lächeln. Wir sind keine Roboter und anderen tut es gut. Und dritter Vorschlag. Nimm dir ab und zu eine Auszeit, denn wir sind keine Maschinen. Wir brauchen mal die Zeit, wo nichts passiert, wo alles nutzlos zu sein scheint, wo man einfach abhängt und chillt. Einfach die Zeit, wo die Seele nachkommt. Im Nachtgebet heute bete ich zusammen mit dem Psalmisten, Gott lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir freudig überrascht sind, wenn dann die zeitenlose Ewigkeit kommt. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar.